Ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play und zwar Let's Play I Am Setsuna, ein Spiel, worauf ich schon wirklich, wirklich, wirklich lange gebraucht habe, es endlich zu spielen und jetzt ist es endlich soweit, hier nach dem Phoenix Twilight Let's Play. Okay, es kam dieses Jahr raus, 2016, und wir werden jetzt schon mal einen wundervollen Telescreen begrüßt, ein JRPG, das an alte Teile dieses Franchise erinnern soll, vor allem an Corona Trigger, daran ist mich auch das Spielsystem angelehnt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier ohne große Umschweife den Beginn, und ich drücke einfach mal auf A. So, ähm, logischerweise, ich spiele komplett blind, ich habe nur die Trailer angesehen und mehr weiß ich nicht, deswegen freue ich mich sehr darauf, dass ihr komplett blind mit euch kennenzulernen. Wir gehen auf New Game, und ich bin gespannt, wie es losgeht. Okay, do you want to turn on in-game voices? Ja, klar, wieso nicht? So, wahrscheinlich geht's mit einer Cutscene los. It seems you live up to the rumors, natural mercenary, wahrscheinlich, keine Ahnung. No, ich lasse den Namen so im Spiel. Nice to be working with you, and dear. Our mission is to recover a young girl who has been kidnapped by monsters. Your job will be to exterminate any monsters we encounter along the way. Once we are done, I shall return the girl to our client. Well, client, keine Ahnung. Of course. If she is still alive, that is. Let us begin right away. Are you ready to go? You need to ask. You are a feisty one, eh? And dear? Of course. I won't be getting involved in the combat, except in an advisory capacity. Keine Ahnung. I don't know these words. It'll be a good chance for me to see your ability. Come on, let's go. Okay. Ah, now I can't move. Very nice. Errungenschaft, a new direction. Alles klar. Okay. I'll leave the monsters to you, and dear. Let's see what you've got. Okay, alles klar. Gucken wir uns mal an. Es sieht ja wunderschön aus, dear. Oh, guck mal, das ist unser erster Kampf wahrscheinlich. It seems we have already entered their territory. Time to get to work, and you're ready to go, meine fresse. Err, ja, of course. Genau. Good. I knew I could account on you. A puny foe, but you can never be too careful. If you approach without it noticing, you should be able to strike first. Encounters. When you move within a certain distance of monsters, battle will begin. If you approach monsters from the front, they will enter guard mode. However, if you approach them from behind, their guard will be down. You will then start the battle with a full ATB and SP gorges, keine Ahnung, allowing you to make a preemptive attack. Like, the ATB and SP gorges are both essential to combat and will be explained later on. Ja, 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 gut. In combat tactics are everything. Stay calm and focused all the times. Ja, genau. Active time battle. Ja, bla, bla. Active time battle, which are the players. Bla, 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 bla. Ja, 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 ist gut. Bla, bla, bla. Interessant. Was auch immer. Das typische Feierfendi-Systeme. Zumindest von den etwas älteren Teilen. Also, äh, vier bis... Neun. Of course, I am sure you are already well worth this. Hi. Here it comes. Ähm. Okay. Attack. Bans. 24. Sehr schön. Ihr seht schon unten diese orange Schnitrbalken letztlich führt, dass es die, äh, ATB-Leiste und wenn die halt voll ist, können wir angreifen. Ja, genau. Und genau so ist es quasi auch beim, beim, beim Gegner, bloß, was wir als eine ATB-Leistung nicht sehen. Obtaint 4, XP ist ja schön. Majestic Crest, okay. You obviously know what you're doing. We should be safe for now. Let us head on. Naja, kein Problem. Wir gehen schon weiter. Gibt es nochmals zu erkunden oder so? Guck mal, da ist kein Schnee runtergefallen oder so. Solche kleinen Details merke ich ja. Es sieht echt wunderschön aus hier. Definitiv. Es gefällt mir sehr gut. Mehr Monster. There are more of them than before. Use attack to attack them all out at once. You have, uh, spritnit stones on you, I presume. Uh, what? You mean to say you have never used, uh, spritnit or spritnit or spritnit? What auch immer. What astonishing natural talent you must possess. You received cyclone from Hepp's paw, okay. Equipping spritnit allows you to use text. Try it stone out. Oh, God. Es ist mir so viel text hier. Spritnit oder spritnit oder spritnit oder spritnit oder spritnit oder spritnit? Ähm, hier wahrscheinlich, oder was? Ja. Okay. Habe ich gemacht. Interessant. Snow Chronicles. Ah, okay. Alles klar, okay. Ja, ja, wir machen mal mit dem Spiel, würde ich sagen. Be careful. Ja, kein Problem. Ich bin schon vorsichtig. So, mal gucken. Ähm, Tag. Guck mal mal. Ah, das ist eine Attacke, die auf beide geht, okay. Und ich denke mal, das braucht meine MP, oder? Ja, unten die blaue Leiste, was wahrscheinlich meine MP sind, ist, ist runtergegangen. Guck mal. Ja. Das, 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 das ist. Es ist hohe Trigger Light. Da gab es ja auch solche Tags. Die haben die Charaktere zwar irgendwann so gelernt und nicht mit solchen Steinen hier, aber, okay. Majestic's Crest and Sturdy Sheet Metal. Alles klar, was auch was ist. Nice Job! Dankeschön. Komm, let us hurry on! Wir waren schon. Was ist das hier? Oder ein Speicherpunkt, oder sowas. Oder ein Heilpunkt, oder. A clawing ring of light. You can sense a faint magical energy emanating from inside it. What is that matter? Äh, what's this? Hm? What is what? Sense the presence of monsters further inside the woods. Did you? Are there more reason for us to hurry on? Oh, oh, oh. Ähm. Save, ja, sag ich auch. Save Points. Guck mal mal. Hinden die mich auch, oder so? Nein, okay. Aber wir können mal speichern. New Data. Hab ich jetzt gespeichert? Ja, guck mal. Sehr schön. Okay. Ähm, dann folgen wir dem alten Mann mal. Oh, da liegt jemand. Phew, she is still breathing. Although not for long at this race. Oh shit. Boss Kampf. Another one, much more powerful this time. It doesn't look like we'll be getting out of here alive without defeating it. No matter how powerful, every foe has its moments of weakness. You must, uh, size such moments to strike. Mo- Momentum mode. What? When the character's RTB gorge is full, but you haven't yet selected a command, the round SP special power gorge to the right will start to fill up. It will also be filled when your characters perform actions or take damage. Once it is full, it will flash, and one SP point will appear at the top. The gorge will then be reset and will start to fill up from the bottom once more. The maximum number of SP points is 3. When a character has at least one SP point, you can choose to trigger Mo- Momentum mode or so, to add various additional effects to attacks and tags. Just as one of your characters performs in action, a light will appear above them and pressing the X-Button at the moment would trigger Mo- Okay, alles klar. Oh, die, 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 die ganzen Textes. Das, das, das mag ich immer nicht, wenn so ganz wie Text ins Gesicht geknallt wird zu Beginn des Spiels. You have at least, uh, 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 you have one last piece of work to, uh, take care of, and dear, I'm counting on you. Ja, kein Problem. Ich kriege das schon irgendwie hin, denke ich mal. Wir machen mal unser Text weiter hier. Ich denke mal, das macht mehr Schaden. Wow, 21. Einmal, jetzt steht, wie viel macht, normaler Angriff. Okay, wir waren nicht die Text mehr. Ha, du hast ihn getroffen. Sehr schön. Und wir haben keine MP mehr. Das ist gerade relativ doof. Dann greifen wir halt normal an. Meine Leiste da ist voll. Kann ich die, kann ich jetzt, ich soll mich einsetzen oder so? Hätte ich mal gelesen. Egal. Aber er ist schon besiegt, wundervoll. Level 2, wundervoll. Wir haben Klau, okay. Hm? 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 Huh? What? You don't need to worry now. Äh. Hm, I, äh. The monsters, where are the monsters? Do not worry, he took care of them. Oh, so I'm safe. Thank you. But, but why? Äh. This one's our job. Your job? That's right. We are from a tribe of people who make their living as mercenaries. We came here because we were hired by your father. I see. Thank you so much. I'll, I'll be able to see everyone again. Thank goodness. Thank you. Thank you so much. Kein Problem. Take this, Endear. Und ist das? Wow, ganz viel Gold. Sehr schön. This is your share. Now then. It is time for us to go our separate ways, Endear. I shall take this girl back to her father. Take care, Endear. Kann eigentlich unser Protagonist auch reden? Scheinbar ja nur durch diese Entscheidungsmöglichkeiten hier. Oder hat er bisher auch schon irgendwas gesagt? Ich weiß nicht genau. Tell me, Endear. How long do you plan on staying in this line of work? Uh. I never even thought about this. How strong you are, Endear. Even though some very difficult decisions are forced up, uh, upon you. I am sure you will prevail it. Please treasure your time. Okay. Oh, da kommt jemand. Wer ist das? Mysterious man. Relax yourself. I am no foe. Were I a foe, I would have already attacked you from behind, would I not? Not that I think there is any way I could possibly defeat the swordsman of your caliber, of course. I have witnessed your ability, Endear. I have a mission I would like to ask you to complete on behalf of my master. This is the mission. You are indeed everything the room must say, Endear. Just off the coast of the mainland, there is a small isle. And I, on that isle, there is a small village. In that village, there is a young girl, who shall turn 18 years old as here. My mission for you, Endear. Is to kill her? Okay. Wieso sollen wir sie umbringen? These 무섭er will jag her? How are you, Endear? I've to kill her. You've been there. Ią you. Musik Musik Just off the coast of the mainland there is a small isle and on that isle there is a small village. In a village there is a young girl who showed her 18 years old this year. My mission for you and you is to kill her. The village of which I speak is known as the village of sacrifice. Okay. Once every 10 years a sacrifice is chosen and sets out a journey to the last lands to fulfill her duty. Not long ago a young girl was once again chosen to become a sacrifice. It is she who is your target. Wahrscheinlich ist es zu nah oder? We'll soon be arriving at knife island, sir. I Can I cut well or real? I haven't seen your face around here before or your mask rather. It is very unusual for travelers to come over from the mainland of course. Knife village is just past here. All the villagers are very friendly. I'm sure you'll feel right at home in no time. Okay. Okay. Gut. Gucken wir uns mal anstatt an. Kann ich hier irgendwie. Menü. Okay. Hier ist mein Menü. Ich bin auch wieder geheilt. Äh. Ja. Gucken wir uns mal anstatt an. Dann würde ich sagen. Oh. Jetzt ist eine Truhe oder was? Was ist das? It's locked. Ach. Schade. Sorry. We're not open yet. Oh. Das ist doof. Übrigens. Er fällt mir grad so ein. Ich werde auch Übersetzungen für. Äh. Die ganze Scheiße hier machen. Ähm. Äh. Das ist. Deswegen. Wer kein Englisch kann. Kann die selbst hier bedenkenlos schauen. Ja. Habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt. Hallo. Oh. You wanna get to the village? After you leave the port. Uh. Just head northwest and you will soon see it. Okay. Alles klar. How many of you people travel to this island these days? What will all the monsters? You're very brave to have come here. Let me welcome you on behalf of the village. Okay. Interessant. Okay. Mehr gibt's noch nicht so. Äh. Äh. Anzugucken scheinbar. War ich schon hier oben? Ja. Okay. Gut. Dann gehen wir mal weiter würde ich sagen. Interessant. Ah. Die Oberworld. Sehr schön. Auch. Sehr hübsch auf jeden Fall. Gibt's hier. Äh. Wie irgendwo. In Corona Trigger keine Monster oder wie ist das? Ich bin gespannt. Weil in Corona Trigger gab's auf der Oberworld keine Monster. Die Oberworld sieht auch sehr nach Corona Trigger aus muss ich sagen. Gefällt mir. Aber ich habe mich nichts dagegen. Und scheinbar gibt's echt keine Monster. Kann ich mir speichern? Ja. Kann ich. Das ist spannend. Okay. Interessant. Und wir haben jetzt hier. Zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen in das Dorf wo wir hin sollen. Oder wir gehen da in den Wald. Wir gehen in das Dorf würde ich sagen. Aber das erst im nächsten Part. Night footage. Bis dann und tschau. Euer Viro. Tschüss. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ob sich das Warten auf das LP gelohnt hat oder nicht. Ich bin echt gespannt. Bis dann und tschau. Euer Viro. Tschüss.